Kyria, Kyria, Helde, Ison. Kyria, Kyria, Helde, Ison. Jesus Christus spricht. Ich bin das Licht der Welt. Herr, unser Gott, diese Kerze brennt heute für die vielen Menschen auf der Welt, die auf der Flucht sind. Über 100 Millionen, Herr, was für eine unvorstellbare große Zahl, völlig unbegreiflich. Du kennst jeden mit seinem Namen. Lege deine schützende Hand auf die Mutter, die ihr Kind in einem Auffanglager zur Welt bringt. Auf den allzu jungen Mann, der losgeschickt wird als Hoffnung für eine ganze große Familie. Auf die Frau, die studieren möchte und deswegen losläuft. Lege deine schützende Hand auf jeden Einzelnen. Auf all ihre Sehnsüchte und Wut, auf ihre Trauer und Ohnmacht. Danke, dass du da bist. Und nun, es muss etwas passieren, Gott, in unserer Gesellschaft und zuerst in unseren Herzen. Pack es mit uns an und rüttel die auf, die die Macht haben, diesem Elend ein Ende zu bereiten. Amen. Dona nobis passem in terra. Dona nobis passem domine. Dona nobis passem domine. Dona nobis passem domine. Amen. Amen. Vielen Dank.